moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem fortnite video möchte ich euch zeigen wie ihr jede runde safe ein lama bekommt leute und zwar müsst ihr hierfür zu dieser location gehen die ich hier auf der karte markiert habe und das lama spawnt da wirklich jede runde wie ihr seht ist hier an der location so ein kleines häuschen mit dem zorn drumrum wo das lama dann drin ist jedoch würde ich euch empfehlen hier nebenan zu landen leute damit die erstmal waffen habt und danach das lama ganz in ruhe töten könnt so leute das war's auch mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen und falls ihr mich supporten wollt leute könnt ihr jetzt ein like da lassen und fleißig kommentieren damit ihr den algorithmus pusht und meinen kanal mehr an reichweite gewinnt ansonsten viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal ciao so Bis zum nächsten Mal.